So, da sind wir wieder bei 2.1.2 und wir sind immer noch in diesem Baumhaus. Wir haben schon wieder ein... ...ne komische Sache hier. Ach, das ist der Spiegel. Den können wir nach der Hitze bewegen. Und den nach da unten. Und da kommen wir so an... ...das Zeugrand, wollte ich sagen. Den können wir, glaube ich, auch anders verschieben. Na, den können wir so verschieben, dass die Blasen geschützt sind. Aber das will ich jetzt erstmal nicht. Denn ich will noch, hat die eine Erfahrung gleich an den Rand. Das müsste ja irgendwie machbar sein. Nein, nein, wir fallen immer hier runter. Das ist nicht so gut. Und das ist auch gleich eine Erfahrungsmode, die wir nicht umschubsen können. Aber gut, bevor wir unser Nebendach riskieren. Kommt jetzt erstmal hier der Teleporter hin. Na, das war weniger. Das war nicht ganz richtig. So, das war jetzt richtig. Aber an die Fiore kommen wir ran. Vielleicht nicht gerade da mit, aber da mit. Da ist die Glase unter mir geplatzt. Aber ja, das Hexenhaus ist ziemlich groß. Oder das Baumhaus. Ich will an die große Viole da auf jeden Fall ran. So, und eine habe ich ja hier runter geschmissen. Sehr gut. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich wieder da oben rankomme. An die Fiole kann ich jetzt gleich zerschießen. Die Fiole kann ich mir jetzt so endlich holen, wie ich es geplant hatte. Und ich denke, die Fiole da oben kriege ich auch auf die Weise. So, genau. Ein im Kästchen, die andere da drin und nicht am Feuer verbrennen. Und jetzt hier hoch. Oh, das ist mal wieder so ein Aufzug-Dingens. Na komm, wir haben hier Gewicht. Das dürfte reichen, um uns nach oben zu katapultieren. Genau. Dem ist eine Fiole drin. Und das benutzen wir als Gewicht für hier drüben. Und werden da entlang geschubst. Der Hebel wird wahrscheinlich da unten das Tor aufmachen. Macht er auch. Sehr schön. Äh. Kriege ich es noch hin? Ja, kriege ich. So. Runter vor dem Schalter. Und weiter abwärts. Und wir sind aus dem Hexenhaus raus, so wie es aussieht. Äh. Das sieht noch weniger einladend aus. Zwei Greifen und zwei vom Wölfen. Nur. In Deckung. Wer auch immer in dem Haus lebte, es hing eine finstere, bedrohliche Stimmung in der Luft, wie Klammernebel im Sumpfland. Die heldenhaften drei schafften es durch die Fallen und Schrecken des seltsamen Baumhauses. Nur, um von der schrecklichsten aller Kreaturen aufgehalten zu werden. Einem Drachen. Ja, Draconis begrüßt uns, dass im Twine ein Drache vorkommt. Endlich ein würdiger Gegner. Okay, Bossfightfight. Warum fahrt er nicht an? Das frage ich mich jetzt auch gerade. Er hat die Grubel in Flammen gesteckt. Äh. Was? Wo ist der hin? Er war nicht real. Das war nur eine Illusion, Pontius. Eine Art Wachhund. Er sah erschreckend echt aus. Ich hoffe, wir treffen nicht auf das Original. Super, ein falscher Drache. Und ja, damit sind wir im nächsten Level. Tolle Begrüßung zu Beginn. Tür aufmachen. Und hier sieht es wieder ziemlich schön aus mit den Lichteffekten und allem. Auch wenn wir immer noch ziemlich weit in dem Hexenhaus zu sein scheinen. Da können wir uns nicht dran festhangeln. Nein. Runterschießen können wir es auch nicht. Da müssen wir wohl hier links. Aber zurück haben wir Brücken und Kisten. Und wir sind mobil. Wir haben ein wahrenes Gefährt. Wow. 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 äh, also irgendwas ist hier falsch ach, da oben ist auch noch ein ein Schalter, hm der gedrückt werden muss genau, dankeschön und ich find's auch lustig, dass die Checkpoints hier immer wieder mal anders aussehen können äh, ja, ist klar na, das ist weniger gut äh, nein nein, nein äh, so von mir aus das ist das Feuer nicht mehr gegen den Kessel blubbern das ist ja meine Gemeindecke ok, und wenn wir da runterfallen dürfte der den ganzen Mist nochmal machen Stufenaufstieg oh ja, da hoch würde ich gerne kommen die haben irgendwie nichts drauf ok, zwei Sachen ja doch, da hätten wir noch was und zwar hier bei Amadeus drei Objekte zu zaubern was bringt eigentlich dieses hier oh, die Metallmagnetisierung klingt gar nicht mehr so schlecht was ist der Monsterkerker ah, ich kann Gegner in einer Kiste fangen indem ich sie über sie herbeizauber nee, ich zermatsche sie lieber mit der Kiste deswegen gibt's jetzt drei Objekte das ist ein nützliches Upgrade und die Kiste können wir für was verwenden äh, ein bisschen drehen und aufgespießt hopp, hopp, hopp und damit mache ich wahrscheinlich das Tor unten auf, oder? mhm, ja, das wollte ich aber eigentlich noch nicht ich bin da oben hin hopp, hopp, hopp ha, es hat geklappt und wenn ich die Kiste schiebe klingt, dass es auf der Hulk unterwegs wäre so ah Mist na komm ich wieder hoch so gut und das hier möchte ich gerne eins sammeln Dankeschön ach nee, nicht schon wieder so eins wie geht denn das hier bitte aber nicht so definitiv nicht so äh, jetzt muss ich Pontius erstmal wieder beleben das könnte ein kleines Problemnädchen werden da der Wiederbelebungsdinger da unten ist na gut ich denke mal mit Soja kommen wir da auch einigermaßen durch da sind wir einigermaßen das muss ich von der anderen Flagge verbrennen lassen was macht der Scheiter bitte egal macht der hier unten auf, ja, macht der okay da kommen Felsen angerollt und zwar in Massen dann nutzen wir doch mal einen da von und da unten ranzukommen und wir haben uns gerade eingesperrt wieder eins Toter Zerg Toter Zerg oder welches ist ein gefrorener Zerg kommt, kriegst du eine Kugel auf den Kopf so Zerg-Poling aber ich würde sagen an der Stelle auch wenn du not passen das machen wir erstmal wieder einen Cut bis gleich bis gleich bis gleich